Hallo ihr Lieben, wir sind von der Schulsozialarbeit. Der ein oder andere, die ein oder andere kennt uns auch schon. Ich bin Frau Jörg, das ist Frau Miklai. Wir haben noch zwei weitere Kollegen, Frau Osterholz und Frau Bialek, die sind jetzt gerade nicht mit bei. Und uns ist es wichtig, dass wir uns nochmal hier bei euch vorstellen und euch sagen, wie man uns erreichen kann. Vor allem jetzt, weil auch der Lockdown bevorsteht. Während der Zeit, in der ihr nicht in der Schule seid, sind wir natürlich auch für euch erreichbar. In der Kernzeit von 8 bis 13.30 Uhr und es wird auch so sein, dass immer einer von uns oder mindestens einer von uns, also von der Schulsozialarbeit in der Schule auch für euch präsent ist. Genau, wir freuen uns über Kontaktaufnahme. Ihr könnt uns wie auch immer, wenn ihr in unsere Büros kommt, einfach von eurem Tag erzählen. Ihr könnt uns natürlich aber auch kontaktieren, wenn ihr eben Probleme habt oder wenn ihr das Gefühl habt, euch fällt die Decke auf den Kopf. Falls ihr uns nicht erreichen solltet, weil wir in Ferien sind oder weil es schon so spät abends ist, sind hier auch noch ein paar Notrufnummern, die ihr anrufen könnt und da wird euch dann auch geholfen. Genau, wie könnt ihr überhaupt Kontakt zu uns aufnehmen? Unsere E-Mail-Adressen werden unten eingeblendet und genau, dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail zukommen lassen und dann werden wir mit euch individuell besprechen. Entweder schreiben wir euch eine E-Mail zurück, das auf jeden Fall. Oder dann, wir telefonieren miteinander, wir können vielleicht einen Spaziergang ausmachen oder ganz individuell. Was uns jetzt noch zu sagen bleibt, ist, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Kommt gut durch die Zeit und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das ist Headache. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020